Willkommen zu unserem Test des Remco lokalen Raumklimageräts RKL 495 DC. Wenn ihr auf der Suche nach einem leistungsstarken Klimagerät seid, das auch für größere Räume geeignet ist, dann bleibt unbedingt dran. In diesem Video schauen wir uns die wichtigsten Features dieses Geräts an und geben euch wertvolle Insights, die euch bei der Kaufentscheidung helfen können. Also lasst uns loslegen. Das Remco RKL 495 DC kommt in einer Split-Ausführung, was bedeutet, dass es aus einer Innen- und einer Außeneinheit besteht. Optimal also, wenn man eine leise und effektive Kühlung sucht. Mit einer Kühlleistung von 4,3 kW ist es für Räume von bis zu 120 MW konzipiert, was es perfekt für größere Wohnzimmer, Büros oder sogar kleine Geschäftsräume macht. Ein Highlight ist die Inverter-Technologie, die für gleichmäßige Temperaturen sorgt und Temperaturschwankungen minimiert. Der Luftauslass mit Swing-Funktion verteilt die gekühlte Luft gleichmäßig im Raum, was für ein angenehmes Raumklima sorgt. Ein weiteres Plus ist die einfache Bedienung. Das Gerät verfügt über eine Infrarot-Fernbedienung und eine digitale Anzeige, die sowohl die Temperatur als auch den Betriebszustand zeigt. Besonders praktisch, Kondensatpumpe ist bereits integriert, was den Betrieb noch komfortabler macht. Das Quick-Coupling-System sorgt dafür, dass die Kältemittelleitung problemlos getrennt und wieder verbunden werden kann, was euch die Installation erleichtert. Aber wie sieht es mit dem Geräuschpegel aus? Das Remco RKL495DC arbeitet bei 62 Db, was für ein Split-Klimagerät akzeptabel ist, aber sicher nicht das leiseste auf dem Markt. Dafür überzeugt es mit seiner kompakten Bauweise und der energieeffizienten Kühlung. Ein kleines Manko ist die Länge des Schlauchs zwischen Innen- und Außeneinheit, die nur 2,6 Meter betrifft. Das könnte für manche Installationen etwas kurz sein. Insgesamt bietet das Remco RKL495DC eine starke Leistung und einige clevere Features, die es zu einer guten Wahl für viele Haushalte macht.